Hallo Freunde der tollen Relistischen Landwirtschaft, herzlich willkommen zurück zu Abandoned Forest. Wir sind angekommen in Episode 3 oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch erst Episode 2, nein, die haben wir schon gemacht. Episode 3 müsste sein, oder 4, ich weiß es nicht. Jedenfalls, willkommen zurück und wir warten immer noch drauf, dass es wärmer wird, da ist es angefangen zu schneiden. Ja, wir haben wieder Schnee, ich hoffe mal, es bleibt nichts liegen, aber wir haben Minusgrade, wenn es so weit schneit, dann bleibt definitiv was liegen. Ich war aber trotzdem ganz schön fleißig, ich habe zwar drinnen im Haus ein bisschen was gemacht, aber dann habe ich hier draußen endlich den Hühnerstall gebaut. Ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, wir müssen mit den Hühner anfangen, dann habe ich mir ein bisschen Holzkrempe geholt und so zwei Metalldränken und sowas. Kriegt man alles unten im Laden, im Ort und habe mir so einen kleinen Hühnerstall gebaut und ja, das einzige was jetzt noch fehlt, ist irgendwas zum Füttern von den Viechern, bisschen Wasser. Und dann, dann kriegen wir hier hoffentlich Hühner. Ja, soweit ist der Plan, das steht also heute an. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie Futter für diese Viecher zusammenkriegen und dass wir hier die Viecher reinkriegen. Aber, ich habe auch noch was anderes vor. Ja, ich habe, wie soll ich euch sagen, ich habe Geld ausgegeben. Ich habe was gekauft, ich habe einen Schlapper gekauft. Ich wollte eigentlich nicht, wir wollten eigentlich schön langsam anfangen hier. Ich habe ja gesagt, der Schlapper, der reicht vollkommen aus und ich habe eh keine Ahnung und wir probieren das alles mal aus und wir wagen uns dann mal langsam dran. Aber dann habe ich hier so im Internet geguckt und habe etwas gefunden für einen Preis, wo ich definitiv nicht Nein sagen konnte. Weil dieser kleine Schlapper hier, der hat halt doch mit 45 Pes ein klein wenig wenig Pes. Und ja, ich werde es euch zeigen, der soll heute ankommen, unten beim Händler. Da ist auch der Bahnhof, da wird alles angeliefert. Hier hochbringt keiner was. Ich habe gefragt, ob das mit der Tieflade vielleicht nicht zufällig, bis ich ihn hier hochbringen kann. Nope, ist nicht. Lieben wir oben unten im Dorf an und dann kann ich das da abholen. Ich stehe jetzt hier also quasi oder sitze hier auf heißen Kohlen und warte noch auf den Anruf, dass das unten ankommt. Die haben gesagt, heute Morgen, jetzt nachdem das Wetter so ist, weiß ich nicht, ob da noch was draus wird. Aber dann müssen wir den erstmal holen und unsere zweite Anschaffung wird sein, wir müssen ein Wasserfässchen kaufen. Erstmal müssen wir hier Wasser hinbringen zu den Hühnern. Und zum anderen weiß ich nicht, wie gut diese Pumpstation hier noch funktioniert, ob wir die zum Laufen kriegen. Und deswegen müssen wir irgendwie schauen, in unserer Not müssen wir runter zum Fluss fahren, um unser Wasserfässchen aufzufüllen. Und wenn da jetzt Eis ist, oh, das wird alles noch ziemlich kompliziert. Ja, aber wo, wo, wie, wo, was sind wir stehen geblieben? Wir müssen jetzt zuerst mal auf den Anruf warten und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich kann jetzt sonst nicht weiter viel machen, weil, seht ihr das Wetter, das wäre das nicht so toll. So, ein Problem bleibt, wenn wir es runterfahren mit dem Auto und dann mit dem Trecker hochfahren, dann haben wir ein großes Problem. Nämlich, wie kommt dann das Auto wieder auf? Also, ich muss mal gucken, ob ich irgendeinen dummen Find, der Bock hat, mir das Auto hier hinterherzufahren. Und dann schauen wir mal. Ja, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht... Oh, doch, 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 wir fahren jetzt schon ins Dorf runter. Na, wer weiß, ob wir hier oben den Empfang denn haben und dann auch wirklich... Halt, warum ist das jetzt hier wieder verstellt? Ah, das ist ja immer eine Automatik. Ich bin dort, ich bin ja... Wir sind ja nicht in Lost Park, so. Wer weiß, wie gut der Empfang hier oben ist und wie gut die Telefonleitungen hier rauf sind, während es jetzt so schneit. Und deswegen fahren wir jetzt auch lieber ins Dorf runter und... Na, wir haben ja noch ein paar Sachen im Dorf zu erledigen. Müssen wir wieder ein paar Einkäufe machen, noch ein paar Sachen fürs Renovieren am Haus kaufen. Ja, na, das Geld erschwindet. Ihr seht, dass oben haben wir jetzt nur 56.000. Ich habe ungefähr 1.000 Euro ausgegeben für den Hühnerstall. Na, die Sachen hier oben sind nicht unbedingt billig. Und es geht jetzt nicht besser weiter. Für den Flapper haben wir nicht viel gezahlt, ne. Der Flapper war mit zusammen mit einem Anbaugerät, habe ich beides zusammen gekauft. Und der Zustand, die wir das dann sehen, ist echt Wunderbestens. Beides zusammen habe ich... Sag mal, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, doch, sieht im Frühling alles anders aus hier. Beides zusammen... Ach, ist das schön, wenn wir nicht mehr über die Baumstimme drüber holtern müssen. Ja, da war zum Beispiel einer der Baumstimme, wo wir sonst drüber geholpert werden. Beides zusammen habe ich 10.000 Euro bezahlt. Ich denke mal, das ist ein sehr fairer Preis. Wie gesagt, das Fahrzeug ist echt in einem wunderbaren Top-Zustand. Ist auch restauriert, bisschen neu lackiert. Und daher denke ich mal, dass wir da einen sehr guten Kauf gemacht haben. Und ja, wir haben jetzt dann um die 80 PS mit der Kiste sollten wir haben. Und damit kommen wir definitiv deutlich weiter. Würde ich mal sagen. So. Ja. Ich würde mal sagen, wir treffen uns dann unten im Dorf wieder. Ich muss euch ja nicht mit ganz runternehmen. Die Strecke kennt ihr mittlerweile ja. Ähm. Wohl. Na, wir wollten ja die ganze Zeit schon mal was machen. Und. Jetzt hat es so lange Eis gehabt. Und es schneit auch noch. Wir fahren jetzt einfach mal da drauf. So. Hahaha. Ha ha ha. Wow. Und jetzt hat es香 spinnt sich. Hu, an. Ich stehe jetzt eigentlich neben der Brücke. Sollen wir jetzt tatsächlich auf dem See entlang fahren? Ich weiß nicht, war ich. Ich weiß nicht, wie tief es hier ist, aber wenn ich rein fliege, wäre es ziemlich kalt. Mein, wie schnell kann man hier fahren? Wow. Okay, ähm. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr... Huiuiui. Ich bin noch nie auf einem See gefahren. Ach, da seht ihr, der kommt da vorne erst noch. Wir sind hier noch im Fluss. Oh, weil er hier ist, aber... Oh, hier habe ich Angst. Wenn hier was passiert, dann kann ich ja nicht mal an den Rand schwimmen. Ah, jei, jei, jei. Ey, das ist... Uiuiuiui. Kommt mir nirgendwo raus. Wow. Ich bin halt durch hier. Da wäre eigentlich die Brücke, wo wir sonst immer drüber fahren. Und jetzt kommt der See. Wir fahren auf dem See. Ey, bei dem Nebel sieht man fast nicht mal den anderen Rand. Wow. Ich muss doch was probieren, ne? Können wir hier auf dem See driften vielleicht? Ja, 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 ja. Nein, nicht so wirklich. Ähm. Ich glaube, wenn wir das Auto in den ersten Gang festsetzen. So. Ey, ihr solltet im ersten Gang bleiben, habe ich gesagt. Ha, es driftet. Wow. Das ist cool. Das werden wir jetzt nochmal probieren. So, auf einen linken Gas geben, gegen linken. Und nein. Na, das ist so weich von der Federung her, dass das Driften echt nicht einfach. Aber es geht. Es geht. Und der ist eh so flach, dass man driften kann. Wow. Ein bisschen wenig Leistung haben wir für den Drift. Ey, das macht Spaß. Können wir jetzt einen rein in den Drift? Jawohl. Dann gegen linken. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, wir haben ein bisschen wenig Leistung im Drift zu halten. Uiuiuiui. Ja, man müsste das, aber es funktioniert irgendwie nicht. Normalerweise kann man ja so ein Automatikgetriebe in den Eingang festsetzen. Aber irgendwie will das nicht so recht. Warum hab's jetzt... Ne, es ist halt immer noch hoch. Bleibt nicht. Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Können wir echt durch die unter der Brücke durchfahren? Oh, weia. Ne, da kommen wir nicht durch, ne? Ich möchte nicht so durch den Rand fahren. Da ist das Eisdünner. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Außerdem wird da auch das Eisdünner sein. Halt, stopp, stopp, stopp. Rückkehrsgang hier. Hm. Jetzt müssen wir eine Ausfahrt finden. Jetzt ist es im ersten Gang feststecken. Damit wir jetzt sehr gut driften können, oder auch nicht? Oder auch nicht? Okay, im ersten Gang driften geht nicht wirklich. Dann müssen wir es im zweiten suchen. Da brauchen wir auch im zweiten noch festgesteckt bleiben. Da haben wir den Ausgang gefunden. No. Doch, jetzt. Uiuiuiui. Ja, ihr magt das, ne? Ich mach keinen Blödsinn. So, wir haben den Ausgang gefunden. Wir haben es tatsächlich gemacht. Wir sind auf dem Eis gefahren. Und das war so cool. Wir müssen das wieder machen. Das hat Spaß gemacht. So, ich würde es aber mal sagen, ich werde jetzt mal schön vorsichtig runterfahren zum Händler. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So. Da ist es. Unser neuer Schleppchen. Es ist angekommen. Ich habe schon gezahlt. Sieht ja nicht toll aus. Es ist in einem top Zustand. Es ist alles neu lackiert. Es ist bester Zustand. Das ist ein wunderbarer Schleppchen. Das wird 10.000 Euro mitsamtlichen Egenteil hier hinten dran. Wow. Ich glaube, das war ein guter Einkauf. Ja, mein Auto steht da drüben. Ich habe keinen gefunden, der mich hinterherfahren will. Das heißt, wir müssen runterlaufen oder mit dem Fahrrad fahren. Das wird ein richtig schön langer Spaziergang. Nicht schön. Nicht lang. Doch lang. Aber nicht schön. Aber. Moment. Ich müssen wir erstmal umstellen. Jawohl. Sehr schön. Klappt. So. Ähm. Aber. Ja. Mal gucken. Erstmal müssen wir den jetzt heimfahren. Ich muss mich erstmal hier mit den ganzen Hebeln bekannt machen. Dann werden wir hier einen Zapfellhebel. Wir haben hier einen Handgashebel. Und das hier unten, das ist eine Lastschaltung. Dann kann man umschalten zwischen Hase und Schildkröte. Es ist schnell und langsam mit so einem kleinen Hebelchen hier da unter dem Lenkrad. Das ist hier da in der Mitte. Genau in der Mitte. Und dann haben wir unten vier Gänge und zwei Sportgruppen und eine Rückwärtsgruppe. Irgendwie so müsste das sein. Und. Warum geht mein Sidepanel nicht? Meine Buttonbox meine ich. Okay. Na gut. Macht nichts. So. Ähm. Es fährt. Ich muss mal einen Teil um den Rückwurzgang finden. Jawohl. Da ist der Rückwurzgang. Geht auch. Sehr schön. Äh. Warum hat es jetzt immer noch die automatische Pupplung? Die müssen wir irgendwie noch ausmachen. Jetzt. Sehr schön. Urzgang. Müssen wir uns mal schauen. Wenn wir jetzt hier den dritten Gang nehmen. Dann können wir jetzt hier runter schalten in die langsame Gruppe hier. Mal Unterlass hochschalten. Ah. Müssen wir um Gas gehen. Okay. Sehr schön. Das heißt es geht nicht ganz unterlassend. Aber quasi fast unterlassend. Muss ganz kurz vor dem Gas gehen. Jawohl. Cool. Oh. Das ist auch ein bisschen leicht vorne. Puh. Das hätte nicht gut enden können. Und der Sitz. Oh je je. Der ist so weich gefedert. Da hilft man durch die Gegend. Ich glaube da ist der Dämpfer kaputt. Da ist nur noch eine Feder drin. Wupp. 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 Ah ne. Der schiebt echt über die Vorderräder. Mit der Ecke hinten dran. Aber ist ja auch klar. Hier ist jetzt alles nass und rutschig. Und der hat vorne kein Gewicht drauf. Das ist übrigens das Wasserfass was wir uns kaufen wollen. Ähm. Ja. Wir schauen mal ob wir das Wasserfass. Ähm. Ich weiß nicht wer das hier so super hingestellt hat. Ich glaube erst dann das Wasserfass und dann das Auto hier. Ich habe meins jetzt auch einfach hier hingestellt. Hier stellt jeder einfach alles irgendwie irgendwo hin. Ähm. Aber das ist ein schönes Wasserfass. Das habe ich vom Händler mir organisieren lassen. Und. Das müssen wir dann auch noch gleich holen. Aber ich denke mal wir nehmen jetzt erstmal die Ecke mit drauf. Obwohl wir könnten auch erst das Wasserfass mit drauf nehmen. Weil wir die Ecke nicht so dringend brauchen. Außerdem das Wasserfass kann einfacher einer klauen wie die Ecke. Ich glaube das ist eine gute Idee. Ähm. Ja. Ich hänge hier mal ganz kurz den Krempel um. Und ich glaube ich muss auch nochmal hier mit meinem Händler ein bisschen reden hier. Ich will den Preis vom Wasserfass noch ein bisschen runter handeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Ähm. Ja. Wir gucken jetzt mal wie wir das am besten anstellen hier. Ich weiß auch nicht. Vielleicht packen wir die Ecke da drüben hin. Das wäre glaube ich gar keine schlechte Idee. So. Die stellen wir einfach mal hier hin. Stopp. So. Ähm. Halt. Erfangen wir einfach mal ablassen. Der Hebel vielleicht. Jawohl. Passt. Sehr schön. So. Ähm. Jetzt müssen wir gucken wie wir das Ding hier angehen kriegen irgendwie. Halt. Stopp. Wir fahren in die falsche Richtung oder? Jawohl wir fahren in die falsche Richtung. Wir fahren in die falsche Richtung. So. Ups Na, ganz so schnell ist der auch nicht Der macht nur 25 kmh Das heißt, das ist jetzt Vollgas So müssen wir jetzt heimfahren hier Das kann eine Weile dauern Aber ein Sound hat er Mensch, der ist laut Ich glaube, ich muss richtig schreien, dass ihr mich überhaupt verstehen könnt Über dieser lauten Kiste Probieren wir mal die Lastschaltung aus Das haben wir dann ganz zurückgeschalten hier So, dann können wir jetzt hier gucken und rausfahren So Ei, ei, ei So, und jetzt geben wir Gas und dann hochschalten Und wieder Gas geben Sehr schön Gut, brauchen wir jetzt hier nicht wirklich die Lastschaltung Aber ist ziemlich cool Ich weiß nicht, ich habe mir gerade belegt, ob wir jetzt im Rückweg auch über das Eis fahren sollen Aber ich glaube, das ist keine so gute Idee Ich glaube, das lassen wir lieber Danach stecken wir mit dem großen Schlepp im Eis Das ist ja nicht so toll So, wir müssen hier rüber Dann darf ich nicht vorbeifahren Dann fahre ich ja immer mal wieder so ganz vorbei Ein bisschen schneller könnte das schon sein Schade, dass es nur so langsam ist Bleibt nur so offen, dass wir nicht allzu viele Fahrten hier mit dieser Kiste hier rausmachen müssen Das heißt, unser Kleine läuft 30 kmh Ja, ich weiß auch nicht Sollen wir uns jetzt wirklich das antun, dass ich euch mitnehme bis da hinten oder So halten wir die Kamera wieder aus und machen das Wettel dann Keine Ahnung Ich habe ja nicht so wirklich was zu reden Es gibt nicht viel Neues hier Wir müssen arbeiten und gucken, dass wir irgendwie Ja, auf besseres Wetter müssen wir hoffen Und Dann können wir endlich ins Feld gehen Ich freue mich schon so drauf, endlich ins Feld zu gehen Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht Es kommt irgendwie kein schönes Wetter Na, aber Freitag ist jetzt der Regen angesagt Und Samstag, da kann es sein, da wird es dann endlich warm Aber da kommt wieder der Zug Da oben seht ihr Was macht ihr hier durchkommen? Voll, Brücke Oh, weia Oh, weia, das war knapp Wir schalten lieber mal eine Lupe zurück hier Ja, die Brücke ist richtig gefährlich Werden doch über die Brücke müssen wir so oder so Egal, ob wir das Eis fahren oder nicht Na hier irgendwo, da sind wir vorhin irgendwo aus dem Eis rausgekommen Ich weiß nicht, es wäre schon echt verlockend da wieder runterzufahren, aber Wir bleiben schön hier auf dem Straße Auf der Straße, Menschenkind Ja, ich würde draußen so alleine leben Und dann lernt man das reden, wenn man nicht mit allzu vielen Leuten reden kann So Ich würde aber mal sagen Wir machen das so, dass wir uns Wieder treffen, wenn wir angekommen sind An unserem Hof Oder ich könnte mal auslandsweit eine Kleine Zeitrafferaufnahme reinmachen Glaube, das Ja, wäre auch nicht ganz verkehrt Können wir auch mal machen Also Viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme Und bis gleich Ja, da wären wir Und ich würde mal sagen Jetzt probieren wir gleich mal aus Ob wir denn überhaupt Wasser reinkriegen In diesen großen Tank Ob's dicht ist das was Und ob wir damit Wasser zu den Hühnern rüberfahren können So Vielleicht Tatsache Uiuiui Wir haben echt kein Wasser mit In unserem Wasserturm Wir müssen hier irgendwie Diesel hier raufkriegen Das wird schwierig Ups Hätte ich fast so meinen neuen Hühnerflach jetzt gut gefahren Das ist nicht gut Ja Jawohl Na jetzt laufen wir da zu schnell Das meint jetzt auch hier Alt Wo denn jetzt Jawohl Jetzt können wir abladen Sehr schön So Jetzt haben wir schon mal unsere wasserweiten Hühnern drin Ich mag den neuen Schlapper Das ist ziemlich cool Bis auf dass er so langsam ist So Wasser haben wir Sehr schön Hühner haben wir Sehr schön Ähm Was M müssen wir drücken Genau Eier legen Jetzt sind wir mal gespannt Wir müssen wahrscheinlich schon noch Weizen reinfüllen Bevor die anfangen Eier zu legen Ist ja auch klar So Ähm Ja Parken wir dann das Bass hier mal irgendwo auf die Seite Am besten hier dran So Hier irgendwo rein Ich hab noch keine Ahnung Wie wir unsere Hallen hier durchsortieren sollen Aber wir haben ja genug Platz Wir können einfach alles Kreuzung hier reinstellen So Ups Das war der falsche Gang Ja Das will wir wahrscheinlich noch ein paar mal passieren Okay Auf ein neues Gang Jawohl Geht doch Na also Das sagt sie So Eigentlich müssen wir jetzt gleich nochmal runterfahren und die Ege holen Und dann müssen wir runterlaufen und unser Auto holen Ich würde mal sagen das mache ich jetzt off camera quasi Und wir sehen uns gleich wieder Ja ähm Hier bin ich wieder Ich hab ein kleines Problem festgestellt mit unserem neuen schönen Schlepperchen Die Bremsen sind ganz schrecklich Ich versuche hier gerade die ganze Zeit am Berg anzufahren Und jedes Mal wenn ich vom Gas gehe Rotscht das Ding hinten im Rücken aus dem Berg runter Und ich drehte auf die Bremse und es passiert einfach nichts So jetzt bin ich zum Glück hier weggekommen Ich möchte es euch nicht nochmal demonstrieren Aber wir werden es gleich nochmal sehen Wenn ich auf die Bremse drehte Dann passiert einfach gar nichts Äh kommen wir überhaupt durch Ja wir kommen hier durch Gerade so Sehr schön Uiuiuiui Er braucht noch ein paar mehr Gewicht hier vorne drin Das ist definitiv schon mal klar So Ich werde es euch gleich nochmal demonstrieren mit der Bremse Aber das ist echt richtig übel Ich glaube die ist Die hat es hinderlich Die ist abgenutzt und keine Ahnung was Was auch immer mit alten Bremsen an Traktoren sind Ich weiß ja nicht was das ist Trommelbremsen sind Oder Scheibenbremsen mit dem Auto Wahrscheinlich muss Trommelbremsen oder sowas Auf jeden Fall das ist bestimmt richtig runter Aber na gut Bremsen kann ich ja theoretisch Aus meiner Rennfahrerzeit Weiß ich wie Bremsen funktionieren Müsste ich theoretisch auch Bremsen machen können Oh man jetzt sind wir auch noch gegen den Baum gefahren Sehr schön So So Ich habe das Gefühl und wir haben hier ein zwei Zinken verbogen Das fängt das Sofa an Ja, ich habe manchmal überlegt mir schon, jetzt bin ich ein paar Tage oben, ob meine Entscheidung wirklich richtig war. Ob ich wirklich hier draußen auf dem Land als Landwirt mich beweisen kann. Ich weiß nicht. Amher komme ich mir doch schon richtig bescheuert vor, was ich mache. Rennfahren ist das eine, aber Flapperfahren ist auch nochmal ein bisschen anders. Vollbremsung, Vollbremsung, na das hier ist eine Vollbremsung gewesen. Mehr geht nicht bei der Bremsung. Das ist gar nicht so toll. Parken wir den Krimplatt mal direkt hier hin. Ich glaube, das passt so schön hin, gegenüber von dieser. Jawohl, das passt. Sehr schön. So, ähm, absinken und abhängen. So, dann so ein Schlappchen, das stellen wir einfach mal hier ab, würde ich sagen. Ja, soweit so gut. Ach, hier kann man auch von außen. Cool. Okay, sehr schön. Ähm, ja. Oh, je, je, je. Die Bremsen und das bei unserem gebirgigen, bergigen, oh beyer. Ja, ich würde mal sagen, zum Großen und Ganzen, ich werde jetzt erstmal was Mittag essen und, ähm, sagen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht, wie lange die Folge schon ist. Ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch. Aber, na ihr, Hühnerchen, haben wir schon Eier? Nein. Man muss bestimmt auch noch Weizen rein. So. Ja, wie kriegen wir Sprit hier rauf? Wir müssen ja definitiv Sprit hier rauf kriegen. Das wird noch spannend. Das drüben muss auch Sprit rein. Ei, 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 was? Wir haben hier was drin. 741 Liter haben wir drin anscheinend. Echt jetzt hier ist noch was drin? Ich dachte immer, ich war leer. Cool. Dann ist nur die Frage, wer das von dort nach dort kriegen? Dann müssen wir irgendwie in den Spritkanister sowas suchen. Und dann können wir hoffentlich Wasser pumpen. Ja, da steht er auch demnächst an. Und dann müssen wir mal gucken, wenn ich irgendwie hier bald ins Feld können, aber es ist immer noch so gefroren. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich werde ja schon fast versuchen, mal den Flug anzuhängen. Vielleicht an den großen hier. Dann haben wir genug Zugkraft. Und nachher reise ich in dem gefrorenen Boden den Flugabwehr. Weiß das ist ja auch nie so toll. Ja, ich gehe jetzt erstmal was mit der Küche. Bis gleich. Ups. Upsi. Doch, Aufnahme ist an. Ähm, ja. Da sind wir wieder. Ich musste gerade, ich dachte, die Aufnahme ist nicht gestattet. Aber es hat sich gestattet. Ich habe mir was aufschwätzen lassen. Ich bin jetzt hier runtergelaufen. Jetzt ist viel Zeit vergangen, um mein Auto abzuholen. Und dann habe ich mir gleich noch Hülofoto hier rausbringen lassen. Das kann man da drüben drin kaufen. Und, ähm, wie soll ich sagen? Ich habe mir diese Zeit hier aufschwatzen lassen. Ja, das ist ein Diesel-Dieseltankwagen. Und überhaupt war halt ein Tankwagen. Aber in erster Linie kommt der Diesel rein. Und, ähm, ja. Ich habe keine wirkliche Rechtverdickung dafür. Das Ding war nicht ganz billig. Aber, ähm, wir wohnen da oben draußen. Wir haben zwar unsere Diesel-Tanks. In denen sind, äh, jetzt 750 Liter drin. Ich weiß aber nicht, wie alt das schon ist. Wie lange das reicht. Ähm, und wenn das leer ist, dann, ja. Bringt da uns auch keiner was drauf. Also, da müssen wir uns selber versorgen. Und, ja. Ich habe hin und her überlegt, wie machen wir das am besten. Na, ich kann Diesel-Kannister hochfahren. Ey, boah, bloß ein paar Diesel-Kannister hinten ins Auto rein tun. Aber das ist einfach Blödsinn. Das ist so ein eigenständiger Tankwagen. Ist doch deutlich besser. Und, äh, der Händler hat mir ein ziemlich gutes Angebot gemacht. Für einen nagelneuen. Und dann, ja. Ich konnte einfach nicht nein sagen. Jetzt haben wir hier dieses Teil. Bin ich mal sehr gespannt. So, heute müssen wir mal unsere Futter-Säcke reinpacken. Bin ich mal sehr gespannt. Wir werden dann auch gleich voll tanken. Und gleich mal einen Anhänger voll mit drauf nehmen. Ähm, nur zur Sicherheit. Wer weiß, wie gesagt, wer weiß, wie alt der Diesel hier in unserem Diesel-Tank schon drin ist. Aber auf die Art und Weise kann man den Diesel dann immer dahin bringen, wo wir ihn gerade brauchen. Und dann haben wir dieses Problem nicht. So, sag mal, muss ich die Säcke da so schön reinlegen? Eigentlich nicht unbedingt. Das reicht, wenn ich die einfach nur reinschmeiße. Hups, Salah, sowas nicht gedacht. Warum sind die so leicht? So. Eigentlich reicht, dass ich die einfach so reinlege. Blumms. Sehr schön. Ah, nein. Warum springen die so rum? Blumms. Bleiben hier geblieben. Schön hier geblieben. Und rein mit. Irgendwas ist sehr komisch hinter Flüssig mit den Säcken. Aber okay. Mir soll es recht sein. Es ist ja auch... Wir fahren ja eh nicht über große Straßen. Wir legen die jetzt einfach rein, wenn sie es gehen. Warum mache ich da auch so ein großes Theater drum? So, dann müssen wir jetzt hier noch gucken, ob wir die hier irgendwie in der Tankstelle finden. Wahrscheinlich nicht. Ähm. So. Der Vorratsgang wieder. Wow. Da hängt ganz schön tief runter hier die Kiste da hinten. Ei, ei, ei. Unser armer Truck. So. Ähm. Ah, Leute. Das ist doch unglaublich. Na, dieser Tiefstein-Anhänger, der ist nicht im R. Aber ich dachte mir, Mensch, das ist ein Sprit-Anhänger. Was kann daran schon verkehrt sein? Puh. Ich habe eine Vermutung. Wir werden die Vermutung gleich mal testen. Ich habe eine Vermutung. So. Arruck. Ähm. Wir werden sehen. Jep. Warum zum Kuckuck? Wiegt ein leerer Sprit-Anhänger? Sechseinhalb Tonnen. Ne? 6,5. 6,7. Also fast 6,7 Tonnen. Also fast 6,6 Tonnen. Leerer. Leerer ist der Anhänger. Leerer. So ein bisschen, bisschen, bisschen weg da. Oh, ich könnte mal echt, ne, das, ähm. Ist ja klar, ne, mit Moralistik muss das Gewicht dünn, weil halt alles realistisch ist. Aber selbst ohne Moralistik-Mod, ne? Alle Leute beschweren sich, dass die Giants-Fahrzeuge bergauf so langsam ziehen. Selbst ohne Moralistik-Mod. Also Leute wie Diogo, die waren immer gleich wahnsinnig, wenn die, die Kisten bergauf nix ziehen. Aber das liegt nicht daran, dass da irgendwas mit den Kisten verkehrt ist. Das liegt daran, dass die Leute alles viel zu schwer machen. Ja, so viele Anhänger, die in leerem Zustand so viele Tonnen wiegen. Kein Wunder zieht das nix bergauf. Ist auch klar. Ich weiß nicht, dass so ein Krempel überhaupt beim Mod-Hub reinkommt. Ich verstehe es immer wieder nicht. Ne, mit dem Wasserfasswagen, was wir oben haben, ist das genau das Gleiche. Das wiegt leer knapp drei Tonnen. Ich meine, das ist doch ein Blödsinn. Wer macht so was? Haben wir nicht, äh, selbst die Standardmaschinen, ne? Die Standard-Anbau-Geräte und Standard-Fahrzeuge im LS-17 von Giants ohne Moralistik-Mod haben ungefähr realisches Gewicht, ne? Die passen. Warum kann das auf dem Mod nicht auch so sein? Warum macht man so ein Ding sieben Tonnen schwer? Gut. Rant aber für die Zeit, aber, oh Leute, ne. Weißt du, das ist ein Grund, warum es hier von dieser Serie nicht wirklich weitergeht. Ist denn das liegt nochmal wieder an den Mods. Es liegt an den Mods, ne? Also es ist einfach so eine Serie, wo man nicht jeden x-beliebigen Mod nehmen kann, wo man es ein bisschen zusammensuchen muss und dann lauter so krempelt hier. Lauter so krempelt. Immer wieder dran rum basteln und nochmal dran rum basteln und nochmal dran rum basteln. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder rausgehen aus dem Spiel und muss das Ding hier mal leichter machen. Was ist ja die ganze Zeit schon machen? Ich bin jetzt hier bestimmt noch seit zwei Stunden dran an der Folge aufnehmen und ich muss da nicht rausgehen nochmal zum basteln, ne? Denn C2 muss ich auch noch ein bisschen rum basteln und na, wie das halt so ist. Hier die Hühnersäcke, die muss ich auch erst rum basteln, ne? Das ist eigentlich erst Kuhfutter gewesen. Ja gut, ich mache es jetzt hier mal weiter und wir sehen uns. Da sind wir wieder. Mal eben die Densität in der E3D geändert. Jetzt wiegt das Ding noch 1,9 Tonnen. Ich weiß nicht, warum das 1,9 Tonnen wiegt. Ich habe das eigentlich gemacht auf 800 Kilo. Ich habe das Gefühl, die scheiß Reifen wiegen jetzt auch noch ein Haufen Zeug. Ich habe keine Ahnung. Aber das reicht vielleicht nur 1,9 Tonnen. Ich glaube, das zieht die Kiste noch. Boah, das ist echt unglaublich. Ich muss jetzt doch, ne, ich muss jetzt doch hier auf dem anderen Bildschirm gucken. Einen Moment. Ich muss jetzt doch gucken, was die blöden Reifen wiegen. So. Was finden das für Reifen? Wie, der hat gar keine extra Reifen-XML? Ne, der hat gar keine extra Reifen-XML. Da ist es ja auch mal schön. Der hat noch alles 8 Reifen drin. Nein, nicht alles 8. Aber alles 15, alles 13 Reifensystem. Alles 13 Reifensystem. In 15 gab es auch schon extra Reifen-XMLs, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, wunderschöne Mod-Up-Mods. Und ja, 0,3 Tonnen. Also 300 Kilo wiegt ein Reifen. 3, 6, 9, 12. Kein Wunder. 1,2 Tonnen allein für die Reifen. Puh, das gefällt mir natürlich wunderbar. Das muss ich jetzt auch gleich noch ändern. Zum Glück geht das live. So, machen wir mal 0,06 pro Reifen. 60 Kilo pro Reifen. Das ist auch schon schwer genug. So, dann fahren wir mal rückwärts. Einen Moment. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Unser ganzes gespannt. Jetzt sieht das schon besser aus. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was die Kiste alleine wiegt. Sollen wir das nochmal schauen, jetzt wo ich die Reifen geändert habe? Ach so, halt, stopp. Ich muss das hier so machen. GS Reload Vehikel. So, und jetzt muss ich den da abhängen. Und dann können wir gucken, wie viel leichter der geworden ist. Übrigens, ich habe hier 100 Liter drin in den Säcken da hinten. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich dachte mir nur so 50 Kilo Säcke. Da passen vielleicht 100 Liter rein. Wahrscheinlich nicht dann. Wie viele Liter passen denn in so einen Sack rein? Ich weiß es nicht. Original waren 250 Liter drin. Das fand ich aber ein bisschen arg viel. So. Oh. Wupsi. Okay. Ich glaube, das update nicht, solange man nicht runterfährt. Na gut. Halt, stopp. Wow. Warum haben wir jetzt hier lauter... Was haben wir jetzt einge... Einge... Verbockt. Ähm. Oh man. Na seht ihr, das ist der Grund, warum das mit der Serie so langsam wurde. Überhaupt auch andere Serien. Ist in der Lost Park ja auch... Halt, stopp. Mann, so ein Lack. Ist ja in der Lost Park oft nichts anderes. Was ist jetzt? Ich habe irgendwas kaputt gemacht im Skript. Dadurch, dass hier GS Reload... Toll. Dadurch, dass ich GS Reload behickelt gemacht habe, ist die Waage jetzt kaputt. Na gut. Dann gehen wir einfach mal davon aus, dass es mit dem Gewicht jetzt ungefähr passt. Und wir fahren schon um die Waage drumherum. Also ich habe jetzt hier hinten sechs Säcke drin. Wie in jedem Sack ist, sind 100 Liter drin. Da sind etwa 80 Kilo. Das dürfte eigentlich die Kiste nicht so runter wiegen. Ähm. Es sei denn, die Säcke sind auch schwer. Das kann natürlich auch noch sein, dass die Säcke nicht nach Füllstand gehen, sondern dass die Säcke selber was wiegen. Oh ja, 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 das ist unglaublich. Ist das unglaublich. Aber gut, ich darf nicht so viel jammern, sonst wird die Serie hier, die Folge hier 15.000 Stunden lang und es passiert trotzdem nichts drin. Aber ja. Halt, es gibt gleich wieder einen Unfall. Oh, Leute. Nein, dann sagt ihr immer, kauf doch diesen Schlepper, kauf doch jeden Schlepper, kauf doch das, kauf doch das. Ich bin doch so froh, wenn ich irgendwie meinen Fuhrpark beisammen habe, der halbwegs funktioniert. Und ich nicht ständig irgendwas umbasteln muss. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Sind ein bisschen schnell unterwegs. Aber wir haben jetzt ja viel Gewicht auf der Hinterachse. Dann bleibt die Kiste wie ein Brett auf der Straße liegen hier. Ich will mit 96 kmh, wui, ui, ui, ui. Ja, da fahren sie wieder unser schön langsamer Verkehr. Na ja, darf man mit Sicherheit nicht überholen. Na gut, hier kann man jetzt auch nicht mehr überholen. Hier sieht man nicht. Das ist wohl gerade, sage ich, als Rennfahrer. Ich kann damit nicht vergleichen. Ich muss da vorbeifahren. Aber nee, ist nicht. Hier sieht man auch nichts mehr. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier da kommen wir zur Tankstelle. Bin ich mal gespannt, wie viel in unseren schönen neuen Anhängers reinpasst. Ich könnte wetten, dass auch da der Füllstand nicht passt, dass viel zu viel reingeht. Na, ich weiß nicht, wie groß das Ding hier hinten ist. Aber ich würde mal sagen, mal 2000 Liter gehen da auf keinen Fall rein. Eher weniger. Wahrscheinlich sind es aber deutlich mehr. Wir werden es jetzt gleich sehen, wenn wir machen das Ding jetzt mal voll. Hm? Gar nicht so übel sieht das aus. Gar nicht so übel. Vielleicht gehen tatsächlich bloß anderthalb, anderthalb, tausend oder tausend Liter rein. Ich würde doch mal in einem realistischen Rahmen. Wow. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Fünf Dollar pro Liter. Ach du Schande. Ist das teuer hier draußen. Das ist ja unglaublich. Ist ja teurer als in Alaska. jetzt verstehe ich aber die welt noch weniger das ding wie sieben tonnen schön häufig wieder irgendwie sieben tonnen und es passen nur noch die lüse rein ja ja ich versuche wieder ein spielstand auf standard nur standard zu starten aber hier auf dem spiel dann ging das leiden nicht wenn ich mal so brech raus hier dran vorbei ich glaube hier draußen gibt es keine polizei da kann man ein bisschen machen was man will hier kann man mal vorbeiziehen jawohl jetzt vollgas 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 und hier wieder reinziehen sehr schön so wo müssen wir abbiegen gleich müssen wir abbiegen da müssen wir abbiegen genau da gehen wir sie mal rein jetzt überlege ich mir auch gerade wieder ob wir jetzt nicht mit unserem riesengroßen gespannt hier wieder durchs eis fahren sollen ich habe vorhin den zeeton nochmal durchs eis genommen das geht schon deutlich besser übers eis das ist schon ziemlich cool also oben über die holprige strecke zu fahren ist viel angenehmer übers eis können wir eigentlich wieder machen also der truck hier man merkt richtig wie die ganze väterung alles hat dafür aufgebaut ist dass die kiste zieht und was schweres drin hat da liegt so viel besser auf der straße jetzt wo voll beladen ist als leer aber meine bremsen obwohl ich hier die bremse ein bisschen aufgerüstet habe ja 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 ob sie da sind drüber gekommen wir waren einfach mal durchs eis so schwer sind wir ja nicht müsste eigentlich gehen damit es auch einen sprit anhänger und dann mit vier rädern das heißt also die last wird schön verteilt wir fahren hier einfach mal rein warum nicht warum nicht also viel angenehm hier einfach geradeaus über das eis zu fahren hat diese riesige diesen riesigen blumenberg da drüben rum doch doch das macht viel mehr spaß hier durch wir wollen anhänger kommen jetzt leider nicht driften das hat sich erledigt aber das hat schon viel spaß gemacht das hat viel spaß gemacht gestern gestern ey das war ja auch noch heute der tag war ja schon so lang ja 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 wir haben heute schon viel geschafft hier habe ich immer so viel angst menschenskind wenn ich hier durchbreche aber überhaupt wenn ich hier irgendwo durchbrechen kommt ja keiner zum helfen da muss man selber irgendwie da rauskriechen oder man sich zentimeter für zentimeter durchs eis an die wand machen muss aber neben mir hier mit dem auto durch bricht ich meine der bricht ja bricht ja der bricht mensch ja nicht durch das heißt das schwierigere wird dann quasi aus dem auto rauszukommen wenn das auto sinkt und nach oben zu schwimmen durch das loch wo das auto durchgebrochen ist noch nicht dass man sich unter dem eis verirrt man sieht ja nichts da unten das dürfte die große gefahr sein dass man sich da unten einfach verirrt und den ausgang nicht mehr findet wenn man einmal mit dem auto runter geht unser problem ist solange das auto sinkt kriegt man die tore nicht wirklich auf aber wenn das auto dann unten ist dann dann sieht man nichts mehr ins auto voller wasser gelaufen ist dann kriegt man die die türen auf ja lieber nicht darüber nachdenken wenn wir über das eis fahren ich glaube das ist nicht so gut gar nicht gut nicht darüber nachdenken es ist ja alles gut normalerweise geht ja auch alles gut vielleicht sollten wir in zukunft mit offenem fenster mit offenem fenster übers eis fahren das wäre glaube ich gar keine so schlechte idee wenn dann irgendwas wäre dann können wir schnell das fenster rauskriechen ich glaube das ist eigentlich eine gute idee oder was meint ihr auch in einem fenster übermais na da kommt zwar auch schneller wasser rein aber wir können dann halt sofort sobald das fahrzeug untergeht zack raus besten auch gar nicht anschnallen dass irgendwas passiert mein ruckzuck raus ist weil ich glaube das ist tatsächlich die größte gefahr dass man mit dem auto untergeht und dann nicht mehr raus wie gesagt das eis ist ja doch ziemlich dick wenn das auto durchbricht kommt man doch an eine kante und kann irgendwie sich rausziehen oder rauskriechen so da wären wir wieder endlich zurück am hof jetzt müssen wir gucken am besten geben wir jetzt zuerst mal gucken ob wir die pumpe zum laufen kriegen oder nicht wir gucken erstmal ob jetzt hier so einen Sack hier den Hühnern geben können und dann versuchen wir die pumpe noch ans laufen zu kriegen und dann ist glaube ich auch genug für heute so einmal hier einmal da einmal dort und dann nehmen wir jetzt hier so einen Futter Sack schauen wir mal ja natürlich geht das hier nicht habe ich mir schon fast gedacht das ist natürlich schade ja 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 gut das habe ich mir noch was gedacht das müssen wir mal gucken vielleicht kann man es hier in den Anhänger einfüllen ja wohl den anfänger einfüllen geht es dann müssen wir hier von der Hänger in die in die Hühner rüber füllen na gut gibt schlimmeres ähm laden wir erstmal diesen ganzen Krimpchen ab und wo tun wir den jetzt wups tun wir den jetzt hin wollte ich sagen ich glaube wir legen mal hier rein nehmen wir ein gutes Dach ja doch hier haben wir ein gutes Dach hier können wir den Krimpchen reinlegen das ist kein Problem so halt stopp 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 wups wow wow eieiei irgendwas ist sehr komisch mit der Physik der Säcke dann geben die auch einen sehr komischen Schwerpunkt ich weiß auch nicht eieiei ja auch noch mal hinter dran gehen alles muss man noch mal umbasteln und umbauen unglaublich unglaublich so ich würde hier aber mal beim Wasser reingippen mal schauen ähm ich glaube das wird so nix wir fahren lieber rückwärts ran uiuiui Anhänger rangieren menschenskind das habe ich schon mal gemacht stopp jetzt aber wir gehen langsam ah weil er so kurz ist macht er immer ganz ruckzuck das was er nicht soll hm wir kriegen kein Abladesymbol ah doch wir können abladen sehr schön ok 100 Liter gehen da rein so ich habe jetzt überlegt ob wir das da drüben in den Fass rein tun in unseren Tank rein tun aber lieber nicht wer weiß was da für eine Suppe drin ist das lassen wir lieber bleiben und pack das jetzt hier mal ganz kurz hier ab so der läuft sehr schön der Motor qualmt zwar wie sauer aber läuft ja läuft gut qualmt wie sonst was aber ok gut lassen wir mal laufen jetzt gucken wir mal hier oh leid das nimmt Ausmaße an hier das nimmt Ausmaße an hier machen wir das mal so und dann fahren wir so schön daneben dran doch doch so ist das gut dann können wir hoffentlich abkippen jawoll sie können abkippen jetzt können wir noch wieder nicht mehr abkippen warum können wir jetzt noch wieder nicht mehr abkippen ich dachte wenn wir hier vorne rein kippen wir versuchen es nochmal bitte hallo abkippseite links waren doch jetzt hier auf der linken seite oder ja wir waren auf der linken seite ok nochmal so rum dran vorbeifahren jetzt können wir abkippen na gut ähm jetzt schauen wir mal ok das ist noch nicht sehr viel wir müssen da noch ein bisschen mehr rein kippen so na gut dann machen wir das jetzt einfach so ei 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 ich mag das gar nicht das ist viel zu unrealistisch schade dass dieses Teil hier nicht die Säcke erkennt das wäre nochmal schön das einfach funktionieren würde so da haben wir nochmal jetzt sieht das noch ein bisschen besser aus jetzt ist immer noch orange ich hoffe aber dass die Gesundheit trotzdem hoch geht wenn wir beides haben und wenn wir nicht beides voll haben müssen mal schauen aber es legen die hoffentlich Eier 5 Eier im Stall ähm halt kann ich jetzt hier M drücken und ok ne ok gehen wir mal rein wie ist das jetzt hier mit den Eiern wo kriege ich die jetzt her ok wir sind 5 Eier im Stall oder sind die automatisch gleich in meinem Rucksack na gut wir werden sehen hier nochmal rein ok na gut na gut na gut so so stehen morgens der Sonne kommen unser Motor ist ausgegangen unser Motor ausgegangen was wir 100 Liter Diesel verbraucht und 1 Liter Wasser dabei gepumpt echt jetzt Diesel 0 Wasser 1 Infodiesel leer kann doch nicht wahr sein halt stopp 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 irgendwas ist da schief gelaufen ja 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 die kiste klänge laufen auslassen haben wir stehen damit er das hoffentlich auch gleich wieder pumpen oder auch nicht na gut ja ich würde mal sagen die episode schon viel zu lange geworden ich denke mal wir gehen jetzt auf die 36 37 40 minuten zu vielen dank zu schauen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich weiß aber nicht wann ich wieder in der aufnahme machen mit dieser map also vor allem die mods und das ist ja ich weiß nicht ich habe eigentlich so viel bock auf dieses projekt hier gehabt und habe das so tolle ideen gehabt und was ich machen wollte aber das ganze drumherum das kann ein bisschen den spaß nehmen ich hoffe mal kommt wieder schauen wir mal und ja auch schauen wir weitergehen jetzt haben wir zwei liter wie jetzt wird ich schon wieder 0 2 liter wasser irgendwas stimmt doch dann nicht kann doch nicht sein na gut ich würde mal sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder falls irgendeine idee hat was hier mit dem wasserzeug verkehrt ist dann ja ich hab mir meine kommentare und bis zum nächsten mal ich wünsche euch einen wundervollen tag und tschüss